Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. In diesem Video hier soll es um die Wagner Spray Manager App gehen. Die hat einige coole Funktionen, die einem den Alltag auf der Baustelle erleichtert. Vor allem auch einen bei der Arbeit mit so einem Airless-Gerät unterstützt. Und was die App alles kann, für was sie gut ist, zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich! So, legen wir gleich los und starten die App. Ich habe es hier schon offen. Dann kommt hier so ein Bildschirm, wenn man auf die App klickt. Und das Ganze verbindet sich jetzt mit dem Internet. Und man kann sich hier einloggen. Bei mir hat es jetzt gleich geklappt, weil es bei mir schon hinterlegt ist. Ich zeige euch das gerade mal. Ich logge mich hier nochmal aus. Bestätigen, dass ihr einfach seht, wie es aussieht. So sieht der Anmelde-Bildschirm aus. Man kann hier auswählen, es sei in mit Google oder sei in mit Apple. Da ich jetzt hier ein Apple-Gerät habe, klicke ich auf die Apple-Variante. Und bestätige jetzt hier, dass ich mich mit meiner E-Mail-Adresse hier einloggen will. Ich habe dann quasi hier mit Face-ID mein Kennwort eingegeben. Wenn ihr das nicht habt, müsste man das Kennwort jetzt eingeben. Und dann sind wir wieder bei dem Bildschirm, den ihr gerade schon gesehen habt. Genau. Also, ihr seht jetzt hier, oben gibt es so drei Felder. Pro Start, Scan the Can und Tipware. Unten hat man auch drei Felder. Einmal dieses Haus-Symbol, dann hier die Spritzpistole, unter der sich dann quasi die Flotte verbirgt. Hier seht ihr schon, ich habe vier Geräte schon eingelernt. Und hier gibt es noch quasi die Job-Dokumentation. Da sieht man einfach Aufträge, die man vielleicht schon gemacht hat. Gehen wir vielleicht hier einfach zurück und starten vielleicht einfach mit einem, mit quasi dem Startpunkt, das, wenn ihr euer Gerät einlernt oder eure Geräte. Ich habe jetzt hier schon vier eingelernt. Meine HC 750, meine SF23 Pro, die PS 3.20 und die FC 3500. Jetzt haben wir hier noch ein Gerät stehen, die PP90. Die hatte ich auch schon mal eingelernt. Die hatte ich jetzt gelöscht, damit ich es euch hier einfach nochmal zeigen kann. Und dann starten wir einfach mal an diesem Punkt, weil das wäre ja auch der Punkt, wo ihr quasi starten würdet, wenn ihr euch die App neu runterladet. Gehen wir hier auf das Plus-Symbol und können jetzt hier, oder müssen jetzt hier mehrere Felder befüllen. Zum einen können wir hier die Marke wählen, weil man kann auch andere Marken quasi hier einlernen. Wenn ihr zum Beispiel zwei Wagner-Geräte habt und noch ein Titan-Gerät und noch ein Grako-Gerät, dann könnt ihr alle über diese App hier quasi verwalten, euch Hilfe holen quasi. Also gehen wir hier auf Wagner, wählen wir die Serie aus. Das ist ein elektrisches Airless-Gerät in unserem Fall. Und können dann hier bei Modelle das auswählen. Wir haben hier eine ganze Übersicht. Wir haben hier den Power Painter 90 Extra. Und die Variante, die wir haben, ist auf dem Fahrwagen, also Kart. Spitznamen, kann man auch einen vergeben. Ich selber habe jetzt hier nirgends einen vergeben. Habe auch keine Spitznamen für meine Geräte. Habe einfach, ja, einfach den Namen des Geräts, dann weiß ich ja, um was es geht. Die Seriennummer müssen wir noch eingeben. Das mache ich jetzt hier gerade noch schnell. Und dann gehen wir hier auf Pumpe hinzufügen. Und schon wird die Pumpe hier hinzugefügt. Und wir haben hier ein weiteres Airless-Gerät in unserer Flotte. Wenn wir hier mal draufklicken, sehen wir hier mehrere Sachen. Wir können hier zum Beispiel ein individuelles Bild auch einfügen. Können aber auch die Seriennummer sehen. Die gespritzte Menge zum Beispiel sehen, wenn wir das immer regelmäßig hier auch erfasst haben. Und können uns hier zum Beispiel die Betriebsanleitung raussuchen. Raussuchen, Ersatzteile gleich bestellen quasi. Genau. So viel zum Einlernen eines neuen Airless-Geräts in der App. Und im nächsten Schritt gehen wir dann an die Reminders, an die Serviceerinnerungen, wenn wir hier schon sind. Das machen wir jetzt. So, jetzt bei den Service-Reminders können wir verschiedene Werte setzen. Schauen wir hier mal rein. Also man kann hier von Packungswechsel hier an der Pumpe über Pistolenfilter überprüfen, Kolbenölbehälter auffüllen, Hochdruckfilter überprüfen haben wir an der Maschine hier nicht. Und Düse austauschen, hier vorne, das ist gerade auch nicht drauf, kann man diverse Erinnerungen setzen. Die werden einem auch mit verschiedenen, ja quasi farblichen Kennzeichnungen angezeigt. Deswegen fangen wir hier einfach mal an mit etwas, was vielleicht sehr dringend ist oder was regelmäßig gemacht werden muss, ist das Thema Pistolenfilter überprüfen. Finde ich, sollte man jeden Tag machen, wenn man täglich mit der Maschine arbeitet. Deswegen würde ich hier den Wert 1 nehmen. Dann auf Setzen. Und dann haben wir hier quasi eine Erinnerung. Pistolenfilter überprüfen mit roter Kennzeichnung. Ein Tag. Und bauen wir das Ganze mal hier auf wie eine Ampel. Brauchen wir jetzt ein etwas Gelbes quasi, was vielleicht jetzt nicht ganz dringend ist, aber was auch vielleicht regelmäßiger ansteht, wäre das Thema Kolbenölbehälter auffüllen. Aber mal, je nachdem wie man da arbeitet, wie viel, sagen wir mal einmal die Woche, alle 7 Tage. Gehen jetzt hier auch wieder aufs Setzen. Haben jetzt hier eine grüne, äh, eine gelbe, eine gelbe Kennzeichnung. Und jetzt nehmen wir noch etwas, was vielleicht wirklich weiter weg ist. Aber das Thema, ähm, Düse austauschen. Eine Düse verschleißt jetzt nicht ganz so schnell. Je nach, aber je abhängig von verwendetem Material, Druck, mit dem man gearbeitet hat, aber auch einfach, ähm, durchgeflossene Menge, nutzt auch eine Düse irgendwann ab. Hier würde ich sagen, vielleicht, äh, sagen wir mal, ähm, 60 Tage, alle zwei Monate. Einfach nur als ganz groben Richtwert. Gehen dann hier auch wieder aufs Setzen. Und haben jetzt hier quasi, ähm, dann, äh, eine grüne Kennzeichnung, alle 60 Tage. Und so kann man sich hier einfach Erinnerungen setzen, äh, die man einfach, äh, die einem einfach auch weiterhelfen, um bei der täglichen Arbeit auch nichts zu vergessen. So, jetzt möchte ich euch eine weitere Funktion hier zeigen, äh, die, äh, die Wagner Spray Manager App hat. Dafür gehen wir hier wieder zurück auf, äh, das Häuschen. Und haben hier eine Funktion, die heißt Scan the Can. Und hier können wir einfach den Farbeimer oder die Farbdose abfotografieren und kriegen dann Empfehlungen einfach angezeigt, oder auch das technische Merkblatt angezeigt. Wenn wir jetzt hier mal auf Foto machen. Und nehmen uns dann hier diesen Eimer als Beispiel. So. Nehmen wir uns hier mal die Vorderseite davon. Gehen hier auf Kamera. Könnt auch schon ein verwendetes, schon ein gemachtes Bild verwenden. Aber nehmen wir einfach mal das hier. Foto benutzen. Fertig. Ich setze mich jetzt gerade wieder hin. Und drehe das Ganze um. So. Setze mich wieder hin. Das Ganze arbeitet hier. Ist natürlich, ähm, auch abhängig von der Internetgeschwindigkeit, die man hat. Äh, geht es dann schneller oder langsamer. So. Jetzt haben wir hier, ähm, hier war sich jetzt die App nicht tausend Prozent sicher, ähm, was, äh, was es ist. Aber wir haben hier drei Sachen zur Auswahl bekommen. Es wurde erkannt, es geht um eine Dinova-Farbe. Und oben als erste Auswahlmöglichkeit ist schon Dinova Sol Rapid. Wurde auch erkannt. Also ist hier natürlich durch diesen bunten Eimer auch nicht so einfach zu identifizieren. Aber es hat geklappt. Da ist sie. Und jetzt haben wir hier, ähm, quasi die Möglichkeit, ähm, ähm, das Spritzdatenblatt runterzuladen. Also quasi im Endeffekt ist das die, ähm, die, das technische Merkblatt von Dinova zu diesem Material. Und sehen dann hier, können Sie hier alles raussuchen, was wir so brauchen. Diese diverseste Information. Ihr kennt das. Das ist auf jeden Fall so. Ich muss nicht mehr extra, äh, sagen wir mal im Internet danach googeln oder so. Das wird mir hier gleich angezeigt. Und ich habe hier auch noch Empfehlungen direkt von, ähm, für diese Farbe von Wagner. Man kann das Material verdünnen bis zu 10 Prozent. Meine empfohlene Düse ist eine, wird hier 18 bis 21 empfohlen. Ähm, und die Druckvoreinstellung soll man hier mit 180 Bar, oder jetzt mit 180 Bar arbeiten. Genau. Das ist eine sehr nützliche Funktion, wie ich finde, äh, weil das, man hat das auch wirklich jeden Tag auf der Baustelle, dass man jetzt nicht, sich nicht auswendig weiß, was genau, äh, hier verwendet werden soll. Und deswegen kann man hier einfach reinschauen. Oder was für, auch was für Trocknungseigenschaften, die, die Farbe zum Beispiel hat. Wann kann das, wann kann das Ganze überarbeitet werden? Das kann dann hier alles, äh, nachgelesen werden. Und, ähm, oder wie, wie viel abgetönt das Ganze werden darf. Oder, hier zum Beispiel, sieht man dann direkt auch, was, was die Nova dazu geschrieben hat. Äh, ein Spitzwinkel von 50 Grad. Also, bei was die Düse angeht, vorne eine 5. Und dann hier steht 18 bis 21er Düse, Spritzdruck 120 bis 180. Also, das, ähm, alle wichtigen Infos findet man hier eigentlich. Hier steht's auch drin, Verdünnung maximal 10 Prozent. Äh, mit Wasser, überstreichbar nach vier Stunden. Also alle Infos, die man so, oder Fragen, die man sich dann stellt, beim Verarbeiten der Farbe, vielleicht wenn man auch nicht das Material jeden Tag verarbeitet, dann weiß man das auch nicht mehr alles auswendig. Kann man dann alles einfach nachlesen. die, äh, auch noch eine sehr nützliche Eigenschaft, ist wieder das Thema hier, ähm, Pro Start nennt sich das Ganze. hier kann man einfach, äh, einfach starten. Man sagt, ich hab heute dieses Gerät im Einsatz, den Power Painter 90. und, ähm, wählt es dann aus. Und, ähm, hier zum Beispiel, ähm, gibt's, oder hab ich schon mal eine Vorlage angelegt, hier diese Einzimmerwohnung. Aber wir wollen jetzt hier einfach nochmal neu starten, dass ihr einfach auch seht, was man da machen kann. Und man startet hier auch wieder mit dem Scannen des Farbeimers. Das machen wir jetzt hier grad nochmal. So, und dann bekommen wir hier wieder drei Vorschläge. Das ist hier wieder die Sol Rapid. Hier können wir uns auch wieder das Spritz-Datenblatt runterladen und uns irgendwelche Infos anschauen, wenn wir die brauchen. Oder wir gehen weiter und können dann jetzt hier auch auswählen, welche Düse wir benutzen. Ich würde jetzt hier eine grüne benutzen, eine Heer-Düse von Wagner. Und, hier zum Beispiel 517er, steht ja dabei, 18 bis 21er, aber eine 17er wird hier auf jeden Fall auch funktionieren. und gehen dann hier weiter und können jetzt hier eingeben, wie viele Quadratmeter wir hier haben. Als Beispiel 200 Quadratmeter Oberfläche. Und was haben wir für einen Oberflächentyp? Also als Beispiel, wenn man auch mit Lack arbeitet, zum Beispiel als Möbel oder so was, das Holz als Oberfläche, wenn man so ein bisschen holzdecken, Lackiertüren, Boden, klar, es gibt auch Bodenbeschichtungen, die man vielleicht spritzt. In unserem Fall, jetzt hier haben wir eine glatte Wand, also ich würde hier einfach mal verputzte Flächen auswählen. Können dann hier jetzt auch wieder auf Weiter gehen. und haben jetzt hier einfach eine Jobempfehlung, nennt sich das Ganze. Also hier wird gesagt, man soll mit 70 Bar arbeiten mit dem Material bei der Maschine, dann mal 10 Prozent das Ganze verdünnen und 10 Prozent das Ganze verdünnen. Dann hier sieht man die zu bearbeitende Fläche. Hier steht auch nochmal, bitte rühre das Material auf, bevor du mit dem Spritzen beginnst, klare Sache. Und hier ist das Ganze quasi rot, bei was die Düse angeht, weil hier steht, weil empfohlen wird ja eine 18er bis 21er Düse. Ich habe jetzt hier eine 17er ausgewählt, deswegen ist hier Ausrufezeichen quasi Vorsicht, es ist nicht in dem Bereich, was empfohlen wird. Aber ich habe das Ganze schon ausprobiert und es funktioniert sehr gut. Deswegen, das sind hier alles auch Empfehlungen einfach. Natürlich könnt ihr hier oder solltet ihr auch eure eigenen Erfahrungswerte einfach mit einfließen lassen bei der Arbeit. Und dann kann man hier auf Start drücken und dann wird hier die Zeit auch gestoppt, die man benutzt hat, die man gearbeitet hat und kann dann zum Schluss hier vielleicht auch die gespritzte Menge eingeben, zum Beispiel 12,12 Liter als Beispiel bestätigen und weiter. Also vielleicht auch als Info an der Stelle, es wird in Zukunft auch von Wagner konnektive Geräte geben, die dann das Ganze quasi per Bluetooth übertragen an die App und dann das Ganze quasi automatisch gezählt wird. Heißt, wie viel Material ist durchgelaufen und wie lange hat man gebraucht. Da die Maschinen noch nicht da sind, die Maschine hat es auch nicht, muss man das manuell einfach angeben. Wenn man hier nämlich dann bestätigt, Job abschließen, dann wird da die Zeit quasi festgehalten, die man gearbeitet hat und die verarbeitete Menge und kann das Ganze dann auch noch speichern. Wir nennen das jetzt hier einfach nochmal Test und dann hier noch Notizen machen, als Beispiel jetzt hier Video testen, mein Beispiel. So, man kann dann das Ganze abspeichern. Wir können hier natürlich notieren, Kundenauftrag XYZ in Musterstadt vom Mitarbeiter, Mustermann ausgeführt. So. Und dann haben wir das Ganze hier auch bei Jobs. Sieht man dann zum Beispiel hier, ich habe hier schon mal was gemacht, eine Zimmerwohnung und dann hier das von gerade eben, dieser Test. Man kann da zum Beispiel auch noch ein Bild einfügen, das habe ich jetzt vergessen. und dann weiß man, oder kann es dann besser zuordnen. Man sieht dann hier oben dann quasi die durchgelaufenen Liter und die Gesamtarbeitszeit. Hier wird 0,0 angezeigt, weil es war jeweils unter einer Minute. Deswegen hat es hier einfach nichts zusammengezählt. Genau. Und so hat man dann eine gute Übersicht, was hat man mit der Maschine dann auch schon gearbeitet. Ja, das soll es mit diesem Video jetzt gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch jetzt hier bei der Benutzung des Wagner Spray oder der Wagner Spray Manager App jetzt hier weiterhelfen konnte. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht damit auch einen guten Tipp gegeben habe, was man mit der App alles machen kann. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, gerne auch meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Das hilft mir einfach enorm weiter. Was auch noch sehr gut wäre für den Algorithmus. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Wenn ihr einfach einen Kommentar hinterlasst, hey, war hilfreich oder auch war nicht hilfreich, weil ich brauche das nicht, weil ich mache es irgendwie anders. Auch das würde mich interessieren. Nutzt ihr da vielleicht noch irgendwelche anderen Hilfsmittel dazu. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr das ausprobiert habt und es für gut befindet, dann auch gerne einen Kommentar da lassen. Freut mich wirklich auf den Austausch mit euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!